So, da habe ich den Salat. Jetzt sind hier alle frei. Und ich muss ihn wieder einfangen. Oh. Das ist schon mal nicht richtig hier. Da gehe ich mal lang. Ach, da steht auch der Jocker. Was ist das? Ein Knopf, den ich nicht drücken kann. 95, das ist doch. Das ist der Ziel. Hat sie vermutlich recht. Bin ich auch hier sehr nah, aber ich kann da auch nicht durch. Da, was ist das? Torschalter. Geht nicht. Wechsel. Schrecken. Dann halt. Die alte Taktik einfach zu den Gegner. Jeder hört sich pettig. Was hat Halli gemacht? Nichts. Hallo. Willkommen. Prügelknarmen. 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 Aber man kann es nicht ganz gut tauchen, ne? Der letzte hat den Elf zerflackt. Auf. 200 Meter. Okay, muss ich an der Decke entlang. Robin, warte hier, während ich hinter ihn gelange. Gemeinsam werden wir ehren. Fertig. Du wirst es wissen, wenn du es siehst. Doppelteam ausschalten. Brumm. Der muss... ... ausbrocken. Ich wollte deine Selbstbeherrschung testen. Hab ich bestanden. Du brauchst Übung. Na los. Irgendwas kommt da. Türen kommen da. Hä? Geh ich gerade zurück? Ich geh zurück. Ah. Oh. Hab ich die Show so verwirrt. Das ist schlimm. Das geht gar nicht. So, wen haben wir da? Noch mehr Spucker noch. Kommt sie, Lady. Wir müssen sie in Sicherheit bringen. Ist das ein Scherf? Ich sitze in der ersten Reihe! Wenn ihr was passiert, wird Harley euch umbringen. Ja, genau. Und wenn Batman sieht, wie ihr mich bedroht habt, macht er dich fertig? Und dich? Na, dich vielleicht nicht. Aber dich auf jeden Fall. Und... Ups. Tja, das gleicht die Lage aus. Die ist ja fröhlich. Wenn er mit euch Trotteln fertig ist, haben ich und Beth diesen Ort nur für uns. Also raus mit euch. Damit er euch zeigt, wie sehr er mich will. Höh, 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 höh. Ihr habt die Lady gehört. Los geht's. Mann, musste sie ihn töten? Raken, nein. Oh, heute Nacht hab ich noch nie von ihm gehört. Bei ihr Armbruster wollt fertig. Ist eingesperrt, heil und unversehrt. Das Mädchen ist mir sehr wichtig, Möchtest du denn auch Team ausschalten? Das war sehr angenehm. Macht euch mal klar, wie ihr das sagen könnt. Wenn ich euch einen Befehl gebe, wird er ausgeführt. Natürlich. Höhnen wir mal ein bisschen an mit ein bisschen... ...Eck-Tippen. Wer ist denn? Wer ist denn? Diese Idioten wollen uns trennen. Ich hab ihn erklärt auf der Ecke. Ach, der sollte den Boden ausschalten sehen. Er wird vor der Rauchpumme schmeißen. Was ist denn da oben? Links die beiden. Das sind drei Flächen oder so. Oder die teißen wir. Da lebt keiner. Ja, der wird mal leise ausgeschaltet. Triff mich. 30 Schläge oder so hat der eben gebraucht, ne? Oh, okay. Hä? Ach, war der fertig? War dann zum Ausschalten los. Können wir den Mann an der Minigun schneller ausschalten? Können wir den jetzt ausschalten? Was kann ich ihm Deckung machen? Können wir den Team bestellen, was? Ich muss eine erhöhte Position finden. Robin braucht meine Deckung, wenn er zuschlägt. Ja, pass auf. Aber sie ist geboren à la Kai. Das steht fest. Schätze, sie wäre richtig gut verringert. Ich muss da oben einen Aussichtspunkt finden, damit ich Robin bei seinem Angriff Deckung geben kann. Jetzt, Robin. Hilf mir, das ist alles. Gebeten. Ich muss eine erhöhte Position finden, um nicht in Deckung zu bringen, wenn er zuschlägt. Ich muss einen Aussichtspunkt finden, um nicht in Deckung zu bringen. Ich muss einen Aussichtspunkt finden, Ich will, du diese Idioten, nur um nicht zu rennen. Da ist er! Diesmal kommt er nicht davon! Ja, na? Oh, Mist. Wie gesagt, das ist er. Wie ist der Sprungangriff? Ich muss einen Aussichtspunkt finden. Batman braucht meine Hilfe, wenn er angreift. Ich verstehe das nicht. So. Hilfe kommt ja nicht. Pam. So. Ich wollte wohl etwas dankbarer sein. Klasse Rettungsaktion, wirklich. Außer, dass ich nicht gerettet werden wollte. Und die meisten von euch jetzt auf der Intensivstation. Hinter dem Spurkopf. Das waren jetzt alle. Das waren alle. Zeit, Miss Belle zu holen. Yeah, Miss Belle. Bitte kommen Sie mit. Die Tür ist zu. Na, wer konnte denn da mit rechnen? Was ist mit ihm? Ah, der kann nix. Toll. Da rechts klicken, gedrückt. So, ja. Bring du die mal wieder zurück. Schnapp mir den nächsten. Ich muss doch zurück jetzt, oder? Oder kann ich von hier aus? Auf weiter. Ja, ich muss jetzt mal zurück. Ich weiß, wo geht's lang? Da. Irgendwo. Hier, Exit. Oh, da hat er aber aufgeholt. Ja, da ist ein Joker weniger. Ich bringe Sie zurück in die Zelle. Oh. Er stört mich. Henry, Robin ist auf dem Weg zu Ihnen. Lassen Sie ihn rein, wenn er kommt. Natürlich. Das heißt wohl, du hast eines dieser Monster aufgehalten. Ja, aber noch bin ich nicht fertig. Bugstall. Dieser Robin scheint eine echte Steigerung zum Letzten zu sein, Bats. Erinnerst du dich an Jason Todd? Eine Heulsusse. Nur am Jammern. Ohne diesen Verlierer sind wir beide besser dran. F. Kletter ich mal durch den Schacht. Arme, kleiner Batman, ganz allein. Du willst das Bett? Dann komm zu mir. Vergiss diesen Freak. Nur du und ich, Baby. Bin ich. Achso. Ich sollte warten, bis er in Position ist, bevor ich den Sprengsatz zünde. Und dann kümmere ich mich um dich, Charisma. Ich mach dich so fertig, dass du in Zukunft aus dem Hinterkopf findest. Ach ja, harter Macker. Erstens musst du mich finden und zweitens... Kommt der denn? Kommt der denn nach vorne? Alter Sack, hast du deine besten Tagesschulden hinter dir? Was glaubst du mit wem du es jetzt hier zu tun hast? Pass auf, was du sagst. Kann er denn nicht auf Robin umschalten? Er könnte ihn nach vorne locken. Du hast die Wahl, Batch. Finde unsere Gendangene weggewinst. Ich schätze auf mich. Ich sollte warten, bis er in Position ist, bevor ich den Sprengsatz zünde. Ich sollte warten, bis er in Position ist, bevor ich den Sprengsatz zünde. Jetzt muss ich den nach vorne locken, oder was? Ah. Stimmen-Synthesizer. Ich muss ein Ziel auswählen, um einen Befehl zu erteilen. Ich warte, das ist komisch aus. Sieh sie dir an. Geht klar. Ja, komm her. Was ist los? Tut dir die Kugeln etwa weh? Dann hab ich direkt ausgeschaltet, praktisch. Jetzt einmal die Tür öffnen. Hallo? Ist hier jemand? Ja, ich... Wer bist du? Jason? Ich dachte, du wärst tot. Batman? Weißt du das? Batman wird dich nicht retten, Jason. Das wird er. Es sind nun sechs Monate, Jason. Stell dich endlich den Tatsach... Leck mich! Tolle Einstellung! Du bist aus dem alten Betholz geschnitzt. Wird dir aber nichts nützen. Töte mich doch einfach. Was? Nein, 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 nein. Ich töte dich nicht. Zumindest noch nicht. Du bist jetzt mein Helfer. Stell dir vor. Du und ich da draußen stiften Unruhe. Schikanieren die Schwachen. Ein wahres dynamisches Duo. Ganz wie Pads und sein neuer Bursche. Das würde er nicht tun. Meinst du? Dann ist das hier nicht Batman? Komisch. Die spitzen Ohren verraten ihn sonst... Was ist das hier für ein Theater? Ich wollte dir das Foto nicht zeigen. Wirklich nicht. Aber... Tja... Nur so konntest du mit der Sache abschließen. Natürlich tut es weh. Aber manchmal... Muss man grausam sein, um Gutes zu tun. Und fährt er da hinten. Ins Dunkel. Hm. Kurze Psychoanlage. Sorry Bads, aber ich habe ein Duett geplant für uns. Das Schloss ist rein mechanisch, ohne elektronische Teile. Daran funktioniert mein Distanz-Hacking-Gerät nicht. Ja. Gibt es halt einen. Henry, ich brauche Ihre Hilfe. Natürlich. Nur zu. Schicken Sie mir die Aufnahmen der Überwachungskamera in Abschnitt C. Sie können sie vom Computer in dem Raum dort verschicken. Okay. Ich versuch's. Computer sind nicht gerade mein Fachgebiet. Sie können die Daten mit dem Bedienfeld rechts isolieren. Ziehen Sie den Finger darüber bis... Etwa so? Oh, diese Technologie ist sehr... Interessant. Okay. Ich kann die Kamera sehen. Markieren Sie den Bereich der letzten 10 Minuten. Fertig. Das sehe ich. Danke, Henry. Hä? Achso, ach ja, ich muss ja... Null. Fünf. Eins. Sieh da nicht. Es ist gespiegelt. Null. Fünf. Eins. Null. Fünf. Eins. Oder zwei. Fünf. Null. Es ist die neun. Nee, die drei. Null. Fünf. Drei. Neun. Null. Fünf. Drei. Neun. Null. Kann ich denn Tast im Zugriff? Achso. Null. Fünf. Drei. Neun. Tata. Oh, oh, oh. Ja. Tür öffnet. Ach, und er geht einfach durch den Hintereingang. Charisma trägt eine Bombenweste und im Raum sind fünf weitere Bomben. Verstanden. Schön, dass du's einrichten konntest, Bert. Ja, Bombenstimmung hier. Sei nicht schüchtern. Auf der Bühne ist auch Platz für zwei. Nein, wirklich. Ich bestehe darauf. Wie du sehen kannst, ist die Menge schon ganz fiebrig, als würde sie bald explodieren. Niemand bringt dir ein Ständchen außer mir, Bertz. Lasst es krachen, Jungs. Bring mich nach Haus. Ins Asylum. Was für ein... Niemals allein im Asylum. Scheiß, geht hier ab. Es war die pure Anarchie. Aber gelächelt hast du nie. Dich hat's erwischt. Ich steck dir im Kopf. Also, wer lacht jetzt zuletzt? Und dann in Arkham City Achso, achso, ich verstehe. War Talian völlig die Schnitte. Ich starb und du standst einfach da. Doch als ich dir in die Augen sah, war mir klar, wir würden vereint. Wer lacht jetzt zuletzt? Ich steck in deinem Kopf und ich lache. Erfüll dich mit Furcht und ich kann nur lachen. Deine Eltern sind tot und ich kann nur lachen. Was sonst bleibt mir? Ich gehöre jetzt zu dir. Ich bin der Clown. Oh, versteck dich. Fürst der Gaunerei. Und wir hatten viel Spaß. Wir zwei. Du bist ich und ich bin du. Genauso ist. Was willst du tun? Rennt doch einmal und fokuss auf die scheiß Plattform. Die Macht zu haben. Wer lacht dann zuletzt? Du siehst nur noch rot. Ich muss lachen. Sitz im selben Boot und ich kann nur lachen. Deine Freunde sind tot und ich... Alle Bomben sind entschärft. Zeit, Charisma, die Show zu stehlen. Du wirkst so beklommen. Okay, von hinten anschleichen. Denn du weißt, meine Zeit ist gekommen. Ich le... Keine Zugabe. Das ist das Ende vom Lied. Und der soll ein echter Sänger sein. Sogar Alfred kann besser singen als der. Gute Arbeit, Robin. Aus. Nimm den. Kein Problem. Ich tue der Musikwelt nur einen Gefallen. Schaff mir den Chorknaben zurück in seine Zert... Ich kann nicht gehen, ohne Charisma zu entwaffnen. Was? Habe ich doch. Geht ins Ohr, Waspitz. Auf in die Haupthalle und dann zum letzten Akt. Ich bringe Charisma zurück in seine Zelle. Ah, ich werde wieder gestört. Alfred, wir sind fast fertig und müssen verlorene Zeit aufholen. Bereite eine Verbesserung des Wagens vor. Einfach mal so. Natürlich, Sir. Treffen Sie bitte Ihre Wahl. Waffengenerator MK4. Der Waffengenerator Mark4 lädt Ihre Sekundärwaffen auf maximale Kapazität auf. Müssten Sie nicht gegen eine ganze Hand? Perfekt. Ausgezeichnet, Sir. Mit diesem Gerät im Bitmobil sind die Panzerbeiten nur noch Schrott. Haha. Ah, hier sind die Gitter auf. Wie schön. Was ist jetzt hier? Wer hat das Maul zu weit aufgerissen? Bleiben nur noch du und ich, Benz. Manu, Arm, Manu. Einer in der Kappe, von dem man seinen Englern erzählt. Natürlich könntest du auch umkehren und dich feige verdrücken. Du bist im Ring. Jetzt kommt der King. Also, null. Ähm. Wenn er schlau ist, kommt er nicht zurück. Ich kann ihm keine falschen Befehle geben. Er trägt kein Headset. Öffnet das Tor. Das raffe ich nicht. Was gibt's da zu raffen? Mach einfach das Tor auf. Okay. Aber das kommt mir schräg vor. Doppel-Ens-Escher. Boah, ins Holz prügel ich den Knabe. Hm. Dank dem Stimmen-Synthesizer bin ich ja schon dran. Oh, wer hängt denn da immer? Ja, sehr einfach. Was ist da oben für ein Joker-Gesicht? Äh. Ja. Keine Musik. Ah, null. Ah, null. Ah, wo ist der denn? Das ist so ein Stromnader auf der Tür. Was? Ich möchte nicht rütteln. Hä? Was? Ich möchte nicht rütteln. Da ist doch. Ist der doch lang einfach? Ach so. Hände laufen falsch. Falsche. Ich kann ja nicht so wirklich was machen, kann ich mit dem Batarang drin fliegen? Hmm Ach man Jetzt einmal mit Vollgas auf so ein Ding drauf treffen, vielleicht geht das Okay, aber hier geht es ja auch nicht weiter, verstehe ich jetzt nicht Ich muss King zurück in seine Zelle bringen Hä? Oh Mann, Eddie, was? Stimmen, da war es doch, Stimmen Synthesizer Hä? Ich kann nicht ohne King weg King trägt den Joker in sich, ich kann ihn nicht frei herumlaufen lassen Das hat sich verbuggt hier, oder? Guck, ich muss ja da durch, ich kam von da Äh, wo du skal finde es hier? Guck, ich kann ihn nicht wieder verraten, es geht ja noch nicht weiter.